Ist ein Bulle dabei, aber das kann ich nicht sehen. Warum muss ich mich rechtfertigen? Warum? Ich verwende das Wort töten nicht, weil das ist erlegen. Eigentlich erlöst man nur die Tiere daran. Genau, die älteren zum Beispiel oder Leber. Wenn du das eine Stück im Fadenkreuz hast, blendest du alles aus, man hört nichts mehr. Dann plötzlich legst du auf, atmest einmal tief ein. Genau? 615 Euro. Äh, Osterbruck. 1400 Euro. Irland? Wer da einen blinden Tierschutz betreibt, das führt zu absolut nichts. Die Schwarzen können deutlich schneller laufen als wir, wenn sie wollen. approved es im berwisch. 14 Euro zur traurale Gengicht Verwisch1 oder